Hi, ich bin Lisa und wir haben jetzt gerade zusammen den neuen Head Xtreme MP getestet. Toto, was sagst du zum Schläger? Ja, der Schläger hat die klassischen Daten, 300 Gramm, 16, 19 Seitenbild, damit man eine Menge Spin und Tempo kreieren kann. Der Balancepunkt ist bei 325, also relativ ausgewogen bis kopflassig. Man kriegt dadurch eine Menge Power in seine Schläge. Mir selber hat es super gefallen. Ich konnte von der Grundlinie richtig Gas geben, hatte immer ein sauberes Gefühl. Der Sweetspot scheint sehr groß zu sein und es fühlte sich gut an. Was sagst du? Ja, ich gebe dir da voll recht. Ich hatte in all meinen Schlägen, egal ob Vorhand, Rückhand oder Aufschlag, enorm viel Power. Aber auch eine gute Kontrolle und man kriegt in den Grundlinien-Schlägen enorm viel Spin. Dafür steht ja auch der Schläger. Für mich ist der Schläger jetzt im Vergleich zum Tour und zum Pro der beste Schläger, weil es einfach meine Gewichtsklasse ist. 300 Gramm. Ich spiele sonst eigentlich 285 Gramm, aber 300 Gramm war jetzt für mich auch passend. Ich hatte immer einen sauberen Treffpunkt. Das kann auch an der neuen Head-Graphin 360 Plus Technologie liegen. Und ich muss sagen, mir hat der echt sehr, sehr gut gefallen. Was sagst du zum Design? Ja, das Design gefällt mir auf jeden Fall gut. Neon, schön hell und grell. Das Grau aber auch wieder abgesetzt. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein sehr moderner Schläger. Man sieht ja auch die beiden Spieler, Struffy und Berrettini, die eine Menge Power von der Grundlinie geben. Das ist aber ein Schläger, mit dem man von hinten richtig Gas geben kann. Also auch für viele Mädels, die gerade von der Baseline, vor allem Vorhand, Rückhand, Cross, Longline knallen wollen, passt das sehr gut. Würde ich auch sagen. Also für Mädels in meinem Alter oder auch Jüngere, die einfach ein sehr aggressives Spiel haben, finde ich, es ist ein sehr, sehr guter Schläger und eine gute Wahl. Das war's von uns. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Schreibt uns gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Den Schläger könnt ihr bei uns online bestellen oder einfach im Store einen Tester ausleihen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Testen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von uns.